Und dann neben meinen Bund. Ach, wenn ihr wisst, was gerade abging. Oder was allgemein gerade abgeht. Das ist der Wahnsinn, ey. Das ist der Wahnsinn. Wenn ich da nicht auf seinem scheiß Kopf habe, weiß ich auch nicht. Wow, was liegt da? Das ist der Wahnsinn. 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 Oh Gott. Das ist der Wahnsinn. 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 der Wahnsinn. Das ist 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 der wahnsinn. War das ne Scaff Gang? Die lüten sich immer runter, jedes Ei, Alter. Mein Slick ist einfach immer noch cool. Ich hätte die Runde auch ohne Armour reingehen können und ich hätte gleich die Schaden genommen. Jetzt kommt das Ding, ich weiß nicht ob die checken, dass ich rotiert bin und von hinten kam. Deswegen werden die diese Tür immer noch im Auge behalten. Das heißt den Move nochmal zu machen wäre rein theoretisch gesehen komplett blöd. Aber nur rein theoretisch. Hier geh hast du mich? Didi man. Didi dude man, schön dass du reingeschaltet ist. Der Stream ist einfach nicht Mann. Sonst würde er nicht reinkommen und die G du hast mal schreiben. Er ist ein leerer Mann, Alter. Das würde er nicht tun. Seid ihr Scaff's man? Seid ihr? Seid ihr Scaff narrow? Oder war das Spiener? PMC? Oder Spiener? Äh oder Scaff? Die Frage ist, ob ich mein Backpack hinschelte. Tja wo haust du rein, wo ist mein Backpack, Alter. Wahrscheinlich bin ich auf dem Dach gedroppt. Wahrscheinlich auf dem Dach gedroppt. Ja, okay. Da lebt aber noch einer. Da lebt aber noch einer. Als der Ball raus ist. Null. No way. Alle tot. Oh, das sind PMCs. Oh mein Gott, das waren PMCs. Oh shit. Hab ich den auch getötet? Was? Wie? Das denn? Wie? Wie hab ich den hier drin getötet? Keg weh. Ich weiß es nicht. I don't know. Verblutet, maybe. Ne, man soll... Eigentlich... Ja gut, kann sein, aber... Nein. I don't think so. Wenn da im Chat wär, dann können sie erst beantworten, aber ich glaube es nicht. Du 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 du. Da 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 da. Keinen Bock noch mehr zu looten. Der ist zu much loot. Da 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 da. Trader Park, Crossroads. Dann... Leggo. Oh. Das wär traurig, Alter. Denny, stimmt. Aber wenn man halt keinen hat, dann sowas sagt, ne? Aber ich glaube nicht, dass er verblutet ist. Ich glaube, ich habe ihn da hinten gepiekt. Aber von welchem Engel, Alter? Ja, wobei... Er muss verblutet sein. Ja, er muss verblutet... Wie? Ja, er... WTF? Holy shit, mate. Let's go out. Wir hatten ein bisschen Spaß, aber jetzt müssen wir wieder raus. Wobei, wir können die Gen 4 echt mitnehmen. Ich lade die Max. Moin Boys & Girls, Moin Tim. Geht mal rein, wir losen gleich die Green Card aus. So... Ganz kurz, wir lassen uns Zeit, wir können ein bisschen talken, Leute. Was ich übert? Ja? Das ist bei der Verkauf von der Oberfläche, aber ich kann mich etwas nicht immer wieder haben, und wenn ich, Hast die schwarze schon weg? Warum keine zweite Blackrock? Weil ich die Gen 4 mitnehmen werde. Weil ich habe kaum Items die ich mitnehmen könnte für die andere Blackrock. Achso du meinst Geekart? Ne 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 die haben wir noch nicht weg. Wir hauen jetzt gleich die Green raus und dann kommen wir mal. Nein draußen ist noch jemand. No way no way. Noch ein PMC. Halt doch dein Maul. Oh he's going to be mad. He's going to be really really fucking mad. Äh ex vieles besser als Airframe. Aber ansonsten hast du recht. Ja. Ja. Was macht ihr nächst du besser? Ruhe Abprall Chance am Faceshield. Macht ihn zum besseren Helm. Und 45 mehr AP aufs Faceshield. So. 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 Du du du. Der X4LM hat ein anderes Schild. Das hat 45 Leben. Also 5 mehr als das Multi-Hit vom Airframe. Und das hat eine hohe Erprallchance und der Multi-Hit-Facial hat nur ein Medium. Das heißt also, dass wenn solche Hits kommen wie M61, M62, die easy durchgehen würden, ist die Chance dann noch richtig hoch, dass der Schuss einfach abprallt. Und ja, das macht den zum besseren Helm. Aber der kostet ja auch definitiv mehr. Mit allem drum und dran. Ohrenschutz-Facial ist das. Also 2000 Dollar. Also ungefähr so viel wie 2200, 2300 Rubel. G-Fucking-G an dieser Stelle. Holy shit. Wie viele Kills waren das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh mein Gott, Alter. Das war ein Lobby-Vibe. Das war ein fucking Lobby-Vibe, man. Das war ein fucking Lobby-Vibe, man. wenn ich diploma bekommst, wäre Even am Anfang darin gibt es unreal.